Musik 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 Packen Ich muss Ich will Frius Dann nehm ich Töber Was zur Hölle ist mit meinem Vater passiert? Ist er gestorben? Nein, der ruft mich gerade an Also ruft gerade Ich komm zur Treppe Der wirf Fang, wirf mir was zu War dunkel, konnte ich nicht erkennen Und das ist einfach Big Mac Cool Und Alex hat zu lange gebraucht Und gleich spielt Michi mit, ja? Dann sind wir zu fünft Dann kommt mal wieder richtig Niveau hier Michi konnte was, oder was? Manchmal kann er richtig gut was Manchmal Manchmal Aber bin ich auch richtig gut Aber man schmeißt er wirklich richtig gut Er legt ja vier Leute hintereinander Ja, wenn die da in der Reihe stehen Und die sich als halbes noch gegen solche mal aufmpratzen Dann, ja Wenn da vier Leute direkt vor mir liegen kriegen Dann kann ich die auch aufmpratzen Naja Hauptschüler-Taktik halt Alle, ich sag mal schneller Wir hatten, wir hatten ein Ähm, Micha das Mal geschafft War in der Küche eins gegen vier Und die laufen Kommt von allen Seiten Plötzlich stehen alle in einer Reihe Und Michi holzt nur durch Einer schießt noch sein Mate übern Haufen Und Michi macht einfach drei Kills Hat er gab ich auf Video oder so Das ist total geil Ne, ne auf Video haben wir das nicht Ich hab aber auf Video wie lange Alex braucht Nimmst du auf Alex Fürs Team Fürs Team Alex nimmst du auf Fürs Team Ja Cool Soll ich, soll ich streamen? Kannst du gern machen Als ob der mal zuguckt Als ob Kauft mein Merch Kauft mein Merch Ich brauch nicht Nvidia rendert gerade Deswegen ist das bei mir Ein bisschen langsamer Ach, ja Man, ich kann nicht, ich bin im Desktop Oh Na Kein Problem Chris hat, Chris hat meine Laden, weil am Aufnehmen waren Die ganze geht, er ist auf eine Sicht gequittet Ja Ja Gut, dann kann ich jetzt weiter essen Woo 155 Punkte Woo Hey, jetzt kannst du mal was abgeben Fürs Team Fürs Team Ja, kannst du mal was abgeben fürs Team Sei mal nicht so Äh, warte mal, wo, wo, scheiße, ich weiß nicht mehr Wo ist hier die Treppe? Ach da Nein Nein Ich hab jetzt schon noch keinen Bock auf die Neue, ne? Ich hab ne MLG-Position mit der Drohne Ich serv meine sie definitiv keiner Ich hab sie gesehen Nein, ist kaputt Ach, Bombe Ja Verdammt Ritt die Uhr mit dem, ähm, ähm, ähm Im Kontrollraum Ähm, die sind in dem Kartenraum Und dann im Kontrollraum Ja, ja, ja Ja, perfekt, da gehen wir in den Kontrollraum rein Aber ich hab Thermite Ja Da lobt es ja gar nicht Ja, mein Fängt schon mal gut an Warum nicht schon mal was kleiner Ja Oh, pass, ich zieh, ich zieh rein Ja 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 Mh, ist klar, mit der MP5 hatte mir jetzt nur ein Headrocker reingedrückt Da hab ich nur hier reingedrückt Ich geh'n Au Ja Genau Okay, Jungs, du kannst es vielleicht... Dominik, mit seinem MG. Hallo? Dominik, beck mich. Äh, was? Becken, nicht kaputt machen! Fick dich! Hallo, für was nehm ich denn einen MG, wenn ich nicht richtig raufholzen darf? Nimm einfach voll einen mit. Dominik, deck dich jetzt! Jaaa! Dominik, deck mich! Decken, nicht kaputt machen! Ey, das war Deckungsfeuer, ne? Ich wurde grad einen Defuser geplant. Das war Streufeuer, ja? Das war Streufeuer! Jaaa! Aber was für eins! MG, für Leute mit kleinen Pimmeln, ne? Daneben ein Bild von dir. Ey, ey, sei ruhig, ich bin in Armandrei auch MG-Schütze, ja? Ja, da spielst du auch Arma. Okay, Michi ist da, kannst du einen reinlosen? Michi ist registriert, oder? Oh, nein, er sei. Ah, das hat überhaupt einen bestimmten Grund. User was moved to your channel. Hallo! Jetzt, verkack ich mal wieder. Nein, nein, nein! Puh, Dominik! Puh! Aus! Puh, Alex! Nein, Puh! Hallo! So Michi, wir sind jetzt, äh... Noch zwei Runden müssen wir gewinnen. Easy, ne? Das geht ganz schnell, was ich rasiere hier. Bin bester Mann. Nur noch zwei Runden verlieren. Okay, ja. Puh! Ja, nur noch zwei Runden. Ey, ey! Also, mal ganz kurz an, 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 vor allem an Dominik. Dominik, die Gegner müssen nur zu einer Bombe. Und wir müssen aber beide im Blick haben. Ja, ja, ich wollte doch, ich wollte nur eine Deckung schaffen. Oder wir brauchen doch... Ach, ach... Ja, 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 ist okay. Ja, besser so. Daaa! Bin eh ein Idiot. Natürlich. Ja, ist das? Na ja, fick dich. Aber du bist der Team-Idiot. Du führst den. Du bist der Team-Idiot! Du lässt alle anderen gut aussehen. Du lässt es gut aussehen. Ja, endlich mal nicht letzter, aber irunderweise ist er sogar erster, ne? Ja, weil... Okay, Dominik, was hast du Antimidiot nicht verstanden? Du musst uns gut aussehen lassen, nicht schlecht. Ich liebe ihn zu spielen. Komm bei mir. Dominik! Fick dich. Wow, ich hatte ein Problem. Alter, Alex, jetzt... Tomalog ist wieder offen. Er hat schon wieder getan. Xₗ Ich komme, ich komme, ich komme. Alex! Fick dich jetzt! He, du bist jetzt wieder kaputt machst du, ne? Nee, weg da Ruch, weg da. Ja! Je, als wär's darfst du selbst best hij erkenkt. Die Asche hat er an außerdem. Brr! Brrr brr! 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 Micha, wie findest du das? Wir haben grad eben Rank- gespielt, drei Runden ineinander gewonnen, das ganze Gegner-Team ist geliftet und dann ist ein neues F mijnval-Team gekommen. Hä! My Rex! Ja, was denn der gewältig gemacht! Der Regyscy themesli sind in Feuer ausgerastet! Die zuerst, sowieso ja klar, Héka, fand mit 3 Siegen an. Das war kein Hack Die haben uns das echt nicht geglaubt Die denken so, ja, ja, Hacker Aber ich stelle mir gerade vor, gibt es ein Hack, wo man mit drunten, äh Äh, hat Wow Ganz ehrlich, das fuckt ab Jede verschissene Runde Schießt du mich einmal an Die kommen alle von hinten, Küche Stehe ich an der richtigen Tür? Unter anderem Ja, du stehst an der richtigen Tür Ja, okay, gut Ich bin zwar dumm, aber du stehst an der richtigen Tür Ja, wie die Ja, es ist flöter, wenn die auch Ja, okay Ja, okay Die kommen woanders Mute, you can't You can't try Just keep down to the basement And then you can get them from behind They are all coming in the kitchen One is over here Wo? Ja, die sind da Ja, die sind da, Dominik Das ist ein Schild hat ihn platziert Das ist eh vorbei Bringt nix, bringt nix Ach so, das bringt nix Oh man Du hast Träume Okay, Twitch ist down Das ist ein Schild, bringt nix, bringt nix, bringt nix, bringt nix Ach das bringt auch gar nix Ne Okay, Chris, push den und du machst n' Diffuser kaputt Komm Pass auf Ja Stop Hop 4, last operator standing One friendly remaining Wo ist der? Wo ist der? Dominik Ähm Ähm Im Gang, im Gang, im Gang Im Gang Bisschen spät Oh, der war hin Du sag das doch Ja Scheiß Call Das war Ich dachte, der wär im Raum Ich hab's nicht gecheckt erst von wo aus Das gibt nix Ja, ist er Ist er Oh man Dominik hat zwei sichtige Sachen gelernt Erstens Denk Diffuser kaputt schießen Bringt nix Ne Es geht Du kannst n' Diffuser mit sowas kriegen Wenn der Diffuser auf ner Deckenplatte ist Platziert wurde, macht die Deckenplatte kaputt Ach so, okay Dann geht das Weil dann fällt der quasi runter aus dem Bereich raus Ja, ja Und da geplantet wurde, ist er weg Und dann können sie es nicht mehr kaputt Oh man Funktioniert tatsächlich Aber draufballern Geht's wieder los? Ja Ich hab gedacht, wenn du das draufhauen Dasselbe wie draufschießen lässt Aber Ey, das ist was komplett anderes Wir kommen in Rainbow So Michi Wir brauchen jetzt gleich die Anstandsdame Ja Du kannst auch ne Granate daneben schmeißen Ja, du musst da mal den Marsch blasen Du kannst ja auch wie grad eben gesehen C4 neben die Geisel werfen und zünden Und es gibt zwei Kills Und die Geisel, die da mittendrin steht Kriegt gar nix ab Aber wenn du die Geisel anpustest Gibt sie natürlich tot um Ja 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 Die Drohne Die Drohne hat die Bombe entdeckt Nicht deine Eine 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 Aehm Blitz, kommst du mit? Dann gehen wir hin Nein Blitz, man Ja Oh Gott, wie soll ich das jetzt blüß wir kommen zum ausdauer fitness hier bei rainbow alex ist eine scheiß mutter leute ich hab freitag frei also hier michi ich nicht ich auch nicht ich weiß nur dass ich am abend dann was vor ab ja verstehe das ist dann wie domenik ins kino gehen mit dem verkäufer perfekt super ist klar soll es meinen kino verkäufer gehen lassen ja guck wir sind beide gleich schnell mit unserer taktik über uns ist offen ich besagte nochmal über uns ist offen und da liegt irgendwo c4 okay zwar mal geht mach bitte auf finden damit ein habe ich erwischt weiß ich ob das zwei waren wollen wir haben hier glücklich machen schnelle hallo kräftig in die ecke gehen die ecke ich jetzt nochmal umbringen das kommt mit mir rein da war einer auf der treppe auf der treppe war da einer oben 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 welche treppe rechts die treppe mein gott nicht den diffusor auf hin ich will den nur aus den beiden haben wo ist ihr komplett na gut dann holen wenn ihr wollt ok michi ich glaub das dauert doch ein bisschen länger na jo ich bin der russer ist der immer noch oben ich weiß nur dass einer auf der treppe war falls er nicht oben ist ist er noch auf der treppe wahrscheinlich alle campers halt das spiel besteht aus campen wenn du verteidiger bist nein eben nicht also jonas kann gut sein dass er äh bei der treppe ist ne kannst eigentlich auch die wand kaputt schlagen michi herzlichen glückwunsch zum geburtstag dänke alles gute michi dänke unten unten hier unten bei mir unter der treppe die treppe im treppenhaus unten das heißt rechts äh da kam gerade die treppe hoch scheiße den hab ich nicht gesehen ey wechseln ich hab jetzt auch schon gratuliert aber ich muss jetzt auch mal persönlich gratulieren also so so alles gut zum geburtstag michi dank dir mich ist noch mal ja heute morgen hast du auch ne torte mit deinem namen drauf gekriegt äh nein explodiert wofürst du den pool benutzen nein da ist immer noch kein wasser drin habt ihr die folie denn schon verlegt gekriegt alex wieso folie alex ich habe kaum zu glauben 7 uhr 13 habe ich dir gratuliert ist euch auch aufgefallen dass kassel klein und schwarz ist wow ne nicht wirklich woher willst du wissen dass er schwarz ist vielleicht ist das ja auch nur getönt genau nur weil er schwarz ist denkst du das ich dachte schon das wäre jetzt ein echter alex weil ich laufe plötzlich hinter mir schüsse ich hab davon gezielt aber hat unser Rooks trotzdem reingelaufen weißt du ich hab da oben geguckt ob ich den verschneckt So, können wir Panzerung. Wo ist die denn? Wo ist denn die Panzerung? Schau mal in die Betten rein. Schade. Betten-Action. Macht mal zu, Leute. Ist alles offen. Dominik, du hast Kessel. Macht mal zu. Bei B ist kein Schwein, Jungs, ne? Bei B ist kein Schwein. Ja, das ist ja Sinn der Sache. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Also der Sinn ist, dass wir B komplett ungedeckt lassen. Damit wir alle zu B rüberrennen, müssen wir uns erschießen lassen. Okay, gut. Damit Michi schneller zu uns kommt. Ja. Genau, so hatte ich das auch geplant. Scheiße. Ich wollte die Tonne laufen, die wir vorbeilaufen lassen. Ich dachte, die fahren lassen. Ich dachte, so entdecken sie mich nicht. Unten. Warum ist keiner im Raum drin? Nein! Wie hat denn der? Alter! Das gibt's doch gar nicht! Ich ziehe mir das Schrotze voll durch und der gibt mir den Hände! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Boah. Ne. Ich pack's nicht, ey. Ja. Super. Also unten waren die, habt ihr gesagt. Schlampe. Da ist ein Schild. Bei B, bei A ist ein Schild, bei A ist ein Schild. Blitz. Bestimmt haben die zwei Kugeln ins Gesicht getroffen, ne? Die steht immer noch. Die Twitch hat nur halbes Leben verloren. Bill is down. Ah, da ist ja noch ein Schild. Warte. Warte, Alex. Einfach nur warten. Da links. Äh, rechts. Sorry. Ich sag ich links. Wenigstens hab ich mal das SIS bekommen. C4 set. Nice. Hast noch einer, B, ne? Ja. Das war jetzt nice. Okay, ich bin bleib bei A. Alex, das war jetzt richtig korall von dir. Bleib bei B, Alex, bitte. Richtiger Killer. Wer war denn jetzt hier bitte unser Cup Cup? Wer wird das wohl gewesen sein? Hust, hust, Alex, hust. Alex, hust. Kannst doch nicht einfach Alex behaupten, dass Alex das war. Ich würde auch nicht behaupten, dass Alex gerade auf Jonas schießt. Nein. Das ist nicht mehr vorbeigeflogen, Alter. Alex macht sowas. Nee. Deshalb hab ich ihn auch nicht gerade eben erschossen. Wir können uns treffen, deswegen hab ich gerade eben was fast daneben geschossen. Weißt doch, Chris, wie ich dir damit den Handy gegeben habe. Ihr wisst, ihr wisst schon, dass er noch ein Gegner ist und er halt auch auf euch schießen könnte. Ja, könnte. Weißt du noch, wie ich alles? Hinter, hinter, hinter dem Treppenhaus, im Flur, Wirecard. Weißt du noch, wie ich? Er plantet, er plantet, er plantet, er plantet, er plantet. 15 Sekunden left. R4 is accusing a bomb. You need to disable their defuser. Ich bin down. Ja, was soll ich machen? Der kommt, der kommt jetzt, der kommt. Der steht noch im Flur, der steht noch im Flur. Der steht noch im Flur, immer noch im Flur, steht immer noch im Flur. Was? Der ist dahin, was soll man machen? Was? Der drückt alles dahin. Die hatten doch Ack, der hat mir mit der Pistole in der Endsack ins Rücken. Guck, jetzt direkt, guck, das war glücklich. Nee, der hat nicht an, aber das war Lack des Todes. Das, das, der, weißt ja, der tötet und weiß bevor, wo kommt das hin und dreht direkt um. Naja. Das Geile ist. Wie kann der denn plant? Ich hab, Kapkan, wo warst du? Mach lach. Nein, das war so, er war in der Ecke und dann ist er einfach reingegangen und Alex war halt immer noch in der Ecke. Ich hab die andere Tür gedeckt. So. Die andere Tür, wo die andere Leute waren. Ja. Vielleicht kommt er ja da noch. Alles klar. Ich sag, nur, der plantet, ne? Ja. Belad dich ein. Ja. Ja. Jetzt erstmal Kopfschuss.